Mission 3 Mein Hörnerver Nein Wo ist die Straße? Gut Okay, also los gehts Overdose Die Überdöses Schau an das Wir fallen wieder mit der Tür ins Haus Ach ja, wollte er mich anschießen? Aber nicht mit mir mein Freund Who is running there oben? Hat er jetzt nicht gemerkt, dass ich gerade eben Schuss an ihm vorbeige... Hey Geil, er ist so taub wie ein Bienenstich Oh Und mit der Waffe in die Freske haue Also ich kann die Waffen schmeißen, es schaut Ist echt hart, wenn man Waffen schmeißt Das können wirklich nur die coolsten der coolen Man kann die auch sofort zuerst stechen Wenn man auf A hermann hat Bam, bam, da kenn ich nix man, bam Öh, ne goldene Akala S-s-s-s, ich will die haben Wupp Okay, man kann die auch anvisieren Und dann tot schmeiße Oder halt, halt Es gibt bestimmt auch ein Perk Hello Es gibt bestimmt auch ein Perk, dass die... Ach ja, du hast überlebt meinen Schuss Kleiner Mann Und was machst du da oben? Wie geht die Tür auf in die Richtung? Schade Boom Hehehe Okay Ich nehm gern, ich nehm gern so Schlaggeräte, weil Ja Mit denen ist man schon, ist schon, ist man schon krass unterwegs Ihr habt es bis jetzt auch noch nicht gemerkt, man hat jetzt noch Es gab jetzt noch keine Situation, glaube ich Normalerweise, wenn man schießt, rennen auch alle anderen dann zu einem hin Dann hat man schon ne kleines Problem nicht Aber, sonst ist es geil Hör mir uff ist es geil Hör mir uff Okay Ttttttttttttttttttttttttt Was ich alles bekomme oder noch B plus